Kann er mich vielleicht in Ruhe lassen? Kann er mich vielleicht in Ruhe lassen? er hat glück also er hat glück er wusste nicht mehr dass ich schieße mann das das sei ja lachs und da ist er wieder oder das ist ein anderer ein guter und da ist er die ganze zeit weg Ah, hier ist es ein schöner, ruhiger Ort. Ich denke jetzt nicht, der ist da jetzt wieder hoch. Ich gehe an den Beinen. Okay, das ist eine kleine Küste, brauche ich nicht. Okay, das ist eine kleine Küste. Oh, hier ist ein bisschen. Ich dachte, das wäre Schildblasen und ich würde das gerade auf den Boden werfen. Das ist eine Granatenwerfer. Geil. Okay. Ohne Neustartslüste wäre Fortnite einfach zusammengedroht. Neustartslüste sind Sachen, die einfach Fortnite braucht. Ach, ab zum nächsten Roboter. Die Explosion bringt doch nichts mehr. Da gehen die in den Roboter? Der ist wieder drei. Komm her, wenn du kämpfst. Ja, wir kämpfen. Schwarzer Ritter. Wenn dich keine einmischt haben, wird's besonders geil. Ey, beruhig dich, beruhig dich. Ich bin jetzt erst, erst genug, erst genug. Ey, was will er von dir? Ja. 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 Ey, was will er von mir? Ich bin nicht der Hauptteil. Und noch ein Roboter. Bist du? 5, 6, 5. Ohne. Sind wir noch nicht für 11? Du wärst durch den Aaaakum. at Clef? Dulasst Perez thành cloves. fierce Lam Incorporator. кai bel Kann er mal aufhören? Ich muss immer in der Weile dranbleiben. Ich glaube, das ist der schwarze Wetter. Es ist ... ne ... ne andere ... Es ist ... ne andere ... So ein Go! Hielt im Kampf! Brauch ich nicht! Oh ne, er hat wieder... Ich hab schon wieder keine Metz! Ich hab schon wieder vergessen, als ich keine Metz hab! Ich erschieß mich langsam! Jede Runde Metzlos! Das würde ich eigentlich jede einzelne Runde nehmen! Ich laufe Metzlos rum! Ich hab ja nicht mehr Metz, um eine gewöhnliche Waffe zu kaufen, wenn man das so früher denkt! Nach hinten denkt! Von früher! Da würde ich ja nicht mal eine gewöhnliche Waffe damit kaufen! Ich pick mich um! Aber ich hab schon wieder Leben, aber kein Metz! Gestern war es! Ich hab kein Leben, aber... Metz! Es ist verwirrt! Es ist immer was anderes! Gleich wenn ich mich aufbaue, hab ich wieder fast kein Metz! Wenn ich einen Roboter nehme! Der wird direkt zerstört! Aber ich muss Roboter nehmen! Ich muss es! Und der Roboter wird wieder... Geil, wie viel ist er? Ich muss ihn einfach nur in der Landung erwischen und dann einfach nehmen! Ich muss ihn einfach nur in der Landung erwischen und dann einfach nehmen! Warte kurz! Ich bin gleich wieder da! Warte kurz! Ich bin gleich wieder da! Leute! Ich hab meine Metz wieder! Jetzt hab ich ne Chance! Eine sehr gute Chance! Ich hab's! Aber warum rennen die Leute direkt vom Roboter weg? Wenn er nur zerstört wird! Das braucht Jahre! In der ganzen Zeit kann ich... Kann man den ganzen Gegner umbringen, der selbst vom Roboter abkommt! Als ob das nicht getroffen hat! Na gut, Gegner! Jetzt reicht's! Danke! Das ist wieder ein Lama! Ich werd von diesen Gegnern gejagt! Die nicht gejagt! Danke Die Gegner! Das ist eine Lama! Das ist eine Lama! Die Straße! Das ist eine Lama! Die Straße! ja 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 da 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 das Menschen in Ruhe! Denk auf, wie kann man so nerven! Ich bin auf, wie kann man so nerven! Es ist ja nur so und es ist glücklich. Es muss am Ende noch so stressig werden wie jetzt. Kann ich der Gegner? Erstmal wenn ich schieße, schießt der Gegner auf mich. Jetzt wenn der andere Gegner schießt, schießt er auf mich. Ich werde hier langsam lösen. Und ich werde hier beberig. Ich werde hier auftreten. Alle alle schaltsaute Meter, so kann ich noch nicht für Dein so verлох. Ich werde hier. Ja schon mehr, wenn ich weiter geschgranen will. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.